Moin YouTube, ist wieder soweit. Ein paar Entbannungsanträge. Entbann doch, Aspect Louis. Du ver***ter B****. Ich hoffe, du vergiffst. Digger, es fängt schon richtig gut an, Digger. Ich möchte mich für mein nicht nettes Verhalten und... Was? Ich möchte mich für mein nicht nettes Verhalten und wollte dir noch einen netten Tag wünschen. Ein frohes neues natürlich auch. Weg. Starte ab 95, starte... Haha, GG. Ach, Streamsniper. Ja, Digger, du bist ein B****. Was geht, H****? Sohn. Das ist doch die Wahrheit, oder nicht? Ich Streamsniper dich. War das schlimm? Digger, das ist... Free Permabands. F*** you, HS. Du, F***, HS. Das bedeutet, du f***ing heftiger Spieler und dafür wird man nicht gebannt. Er hat einfach gedribbelt. Raus mit der Viecher. Raus mit der Viecher. Weg mit dem. HS. Moin Moin, meine aktiven Freunde. Ka-Wann und warum ich die Nachricht geschrieben hab. Sorry für die Beleidigung. Im Juli. Was meint ihr? Den kann er theoretisch entbannen. Okay, willkommen back, Bro. Deine Fresse sieht ekelhaft aus. Ich hab mir letzte Woche überlegt und habe gemerkt, wie dumm ich war, sowas reinzuschreiben. Und ich möchte jetzt aus den Fehlern lernen. Es tut mir vom Herzen leid, es kommt nicht mehr vor. Gesperrt, 18.1. Was ist das? Das Saftportal nennt mich Missgeroll. Weg mit dir, Deji. Wieso spielst du nett mit Magikin? Jo, Leute. Weil Magikin Shit ist. Jo. Du verschluckst auch von deinem Vater. Was Spaß. Digger, du bist voll schlecht. Sorry, Bro. Das ist weird. Weg mit dir, Bro. Putstreams hat geschrieben, hast aber recht. Nein, ich hab's nicht gesehen. Morgen gibt's Ansage. Ist ja gerade im Stream. Unmod incoming. Bald crack ich deine IP, liegt deine Nummer und dedosse dich. Du hast keine Rechte. Ich weiß nicht, warum ich gesperrt wurde. Weg mit dir. Wie kann man die Zone so zu einem Strich machen wie alle Pros? B****. Tut mir leid. Meine Sis dachte, sie wäre cool, wenn sie die B-Bomb dropped. Würde mich über die Entbannung freuen, da ich es nicht war und ich gerne schaue. Komm nicht mehr vor wie versprochen. Sorry nochmal. Hey, Digga. Deine Schwester kann mich gerne auf Instagram anschreiben. Dann überlege ich's mir nochmal. Moin. Kato, du bist fett. Du bist fett. Du bist fett. Ah, ich bin ein Psychopath. What the f***. Spuck auf dich, Bro. Hier war Top 4. Hier, Top 4. Nick, du B***er. Kevin meinte, wir sollten Nick beleidigen, weil er die Vorhersage gefettfingert hat. Woran hat's gelegen, Nick? Komm, wir anwenden den. Heute noch schön arbeiten, gönn ich dir. Ich hab ihn gebannt. Ich glaub, da war ich mad, weil ich arbeiten musste. Moinsen, Kevin. Scheide. Penis. Bitte um Verständnis. Der hatte Bio-Unterricht. Er hat gedacht, er ist im Chat vom Online-Unterricht oder so. Und dann war er aus Versehen bei mir. Hey, du Bot 1 gegen 1 ist Club. F*** dich. Ihr seid so welche dummen Hörensöhne. Aha, Spammer. Ich liebe euch hier. Die Haarbombe ist das Liebenswort von den Leuten. Wirklich. Mods einmal weg, Bann. Ja, das sind auch die Besten, die in den Chat kommen und einfach so sagen, jo, Bann mich weg. Scheiß auf dich. Spiel Travis, du Lappen. Sorry, war Spaß. Brauch ich nicht. Wir werden uns in der Runde treffen. Hi, Karte. Du hast uns gerade echt hops genommen. Geil. Haarbombe? Tut mir leid. Nein. Anessa, wenn du das hörst, merkst du was? Hier ist kein Permaband von dir. Kein Permaband. Lässt nach. Ey, Kevin. Merkst du was? Wenn ich in deinem Chat bin, dann wird sich benommen. Denn bei mir haben sie alle Angst. Dicker, sei mal besser. Nichts Haar. Dicker, ganz ehrlich, du bist schlecht. Was habe ich gemacht? Ich möchte noch in den Chat schreiben. Ich bin der Beste. Das weiß doch jeder. Hast du schon Prator? Nach. Heere. Sperre weg, du Arsch. Nö. Das ist dieser Drymax-Typ. Der hat bei Insta mit seinem Real-Life-Namen hat er mir geschrieben und hat mich dann auch noch beleidigt. Fuck you, B. And you fuck you. In your same time. Es war ein Versehen. Bitte, ich mache nix. Weg. Schenk ihn einen Skin, du Cake. Was habe ich gemacht, ihr Scheiß-Bots? Denkt nochmal ganz deutlich drüber nach, Bro. Will jemand? Schade. War nur ein Spaß, mache das nicht wieder. Nee, Digga. Juwe ist schlecht. Fick dich, du Huren. Wer ist dieser hässliche Typ in der Kamera? Meinst du mich? Keine Ahnung. Der hatte Army-Stream offen. Schnauze, du Pisser, band mich. Achschön. Motz, raus, ich rein, denn du bist ein Schwein. Ich bin dumm, sorry, tut mir wirklich leid. Der sollte Rapper werden. Wir gönnen ihm. Du Muschi. Sorry für die Beleihung, war an der Aktion bezogen, weil er nicht pushen wollte. Komm, den anbannen wir auch noch. So, Jungs, das war's mit Entbannungsanträgen. Mal gucken, beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir sind auf jeden Fall noch genug zum Durchgucken. Ich zieh durch, Leute. Out rein. Ciao, ciao. Jakari, 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 Jakari. Der Junge und sein bester Freund. Kleiner Donner sind zu allem bereit. Jakari, um kleiner Donner. Jakari, um kleiner Donner. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Jakari.